Der FB-Pokalsieg mit der U19 des SC Freiburg oder Meister der Regionalliga Südwest mit der U23 des SC Freiburg? Der FB-Pokalsieg. Was verbindest du, wenn du St. Pauli hörst? Gute Stimmung. Was würdest du aus der typisch badischen Küche deinen neuen Mitspielern empfehlen? Eine lange rote. Welches deiner vier Zweitligatore in der vergangenen Saison war das schönste? Mein erstes. Welche versteckten Talente außerhalb des Fußballs hast du? Basketball. Im Vergleich zu deinen größeren Geschwistern warst du eher der ruhige Typ oder der Quatschkopf? Beides. Du hast drei Neffen und zwei Nichten. Was machst du, damit du der coole Onkel bist? Ich spiel mit denen Fußball. Welche drei Lebensmittel hast du immer im Kühlschrank? Orangensaft, Tomatensauce, Mozzarella. Siehst du dich im Mittelfeld eher als Staubsauger oder Spielmacher? Eher als Spielmacher, aber manchmal auch als Staubsauger. St. Pauli ist? Laut.